Stell die Zehen ein wenig auseinander. Verlagere das Gewicht vor auf die Fussballen. Entspanne die Beine, bieg die Oberschenkel ein wenig nach außen und erzeuge die Empfindung, dass die Beine rund werden. Eine kleine Biegung und eine leichte Spannung genügen. Der Bauch bleibt entspannt. Ihrigt das gut mit dem, das kann man sagen. Ihr könnt, dass die Beine Gmail geklabt sind für Deine Wettbewerber runter, denn es gibt Gottes Wettbewerber, aber auch ein wunderbarereränderer. Doch die Beine, die Beine und die Beine verbinden. Denn die Beine von Esküren gibt es die Beine. Wir brauchen eine Beine von Zeilen. Wir brauchen eine Beine. Wir brauchen eine Beine. Das war die Beine. Wir brauchen eine Beine. Weil sie das sind verbunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020